Ihr Kind braucht Englisch-Nachhilfe? Sie sind Lehrkraft und brauchen für ein Gespräch mit den Eltern eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher? Sie wüssten gerne, welche Ferienprogramme es in Offenbach gibt? Das Offenbacher Bildungsbüro informiert zu diversen Bildungsangeboten in Offenbach und hilft Ihnen, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Das Angebot ist kostenlos und die Beratung unabhängig, auch vom Angebot der VHS.